Schneider. Brigitte hier, grüß dich, Manfred, wie geht es dir? Naja, ganz gut, und dir? Danke, gut. Du, Manfred, hast du heute Abend schon was vor? Ja, ich gehe ins Kino mit Hans. Schade, und wie ist es morgen Abend? Ich möchte mal wieder essen gehen. Nein, da geht es auch leider nicht. Ich muss bis 20 Uhr arbeiten. Und Mittwoch? Hast du da Zeit? Nee, du, da kommt Werner aus Hamburg. Wir müssen zusammen lernen. Und am Donnerstag, da hast du doch Italienisch-Kurs, oder? Genau, da mache ich Italienisch-Kurs. Und Freitagabend? Du, es tut mir leid, da gehe ich schwimmen. Ach Mensch, wann hast du denn mal frei? Also, komm, mal sehen, Sonntag in zwei Wochen, das geht es. Sonntag in zwei Wochen? Du, Manfred, da habe ich keinen Hunger mehr. Hallo, mein Name ist Wang. Ich bin 17 Jahre alt und lebe in Seoul. Ich stehe jeden Morgen um halb sechs auf. Ich putze meine Zähne und frühstücke um Viertel nach sechs. Ich verlasse das Haus um halb sieben. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Die Schule fängt um acht Uhr an. Wir haben eine kleine Pause um zehn Uhr und eine große Pause um zwölf Uhr. Die Schule endet um 17 Uhr. Ich gehe mit meinen Freunden im Park, wo wir ein bisschen Fußball spielen. Ich bin um 18 Uhr nach Hause zurück. Ich esse das Abendessen, spiele Videospiele und gucke ein bisschen fern. Ich muss viel studieren. Ich studiere bis 21 Uhr. Ich nehme dann eine Dusche und gehe um halb zehn ins Bett und so jeden Tag. Der Tagesablauf ist wirklich anstrengend in Südkorea. Hallo, ich bin Tobias. Ich bin 16 Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich putze meine Zähne und dusche. Ich frühstücke um halb acht. Die Schule beginnt um Viertel nach acht und endet um zwei Uhr. Nachmittags spiele ich mit meinen Freunden Basketball und wir spielen auch manchmal Gitarre. Ich habe meine eigene Band. Ich gehe um halb vier zu Fuß nach Hause. Ich esse, mache meine Hausaufgaben und gucke fern. Ich spiele abends oft mit meinem Cousin Stefan Schach. Er gewinnt immer. Ich lese von halb neun bis neun Uhr ein Buch. Ich gehe um neun Uhr ins Bett. Ich stehe um halb sieben auf. Dann frühstücke ich. Ich esse meistens Brot mit Butter und Schinken und trinke dazu Milch. Nach dem Frühstück wasche ich mich. Um halb acht fahre ich mit dem Bus zur Schule. Die Schule dauert von acht Uhr bis 13 Uhr zwanzigster. Ich habe jeden Tag sechs Stunden. Eine Schulstunde hat 45 Minuten. Eine kleine Pause hat zehn Minuten. Die große Pause zwanzig Minuten. An einem normalen Tag klingelt mein Wecker um halb sieben. Mein Wecker klingelt um halb sechs. Ich wache um sechs Uhr auf, weil mein Wecker klingelt. Ich stehe normalerweise um viertel vor sieben auf. In der Woche muss ich immer sehr früh aufstehen. Ich kann leider nur am Wochenende ausschlafen. Nach dem Aufstehen gehe ich zuerst auf die Toilette. Danach dusche ich. Ich bringe meinen Sohn zur Schule und fahre dann zur Arbeit. Um acht Uhr muss ich auf der Arbeit sein. Ich arbeite von acht Uhr bis sechzehn Uhr. Um dreizehn Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause und ich esse mit meinen Arbeitskollegen zu Mittag. Jeder Morgen ist von Montag bis Freitag gleich. Am Morgen wache ich um sieben Uhr und dreißig Minuten auf. Nach ein paar Minuten stehe ich aus meinem Bett auf und gehe ins Badezimmer. Wenn ich früher aufstehe, gehe ich unter die Dusche, sonst wasche ich nur mein Gesicht, schminke mich und käme mir meine Haare. Dann gehe ich in die Küche, wo ich das Frühstück vorbereite. Meistens habe ich einen süßen Kuchen, Salami, Brötchen oder Schinkenbrötchen und dazu trinke ich eine Tasse Kaffee oder Tee. Nach dem Frühstück gehe ich noch einmal ins Badezimmer und putzte mir die Zähne. Dann gehe ich in mein Kinderzimmer und ziehe mich an. Es dauert nur eine Weile. Ich bin modebewusst und folge die Modetrends. Wenn ich angezogen bin, gehe ich mein Pausenbrot vorbereiten. Meistens habe ich belegte Brote. Oder Kipfel mit Salami, Butter, Käse, Schinken, Honig oder Marmelade. Oft nehme ich auch Obst oder Gemüse in die Schule mit. Wenn ich nur wenig Zeit habe, kaufe ich mein Tausenbrot im Lebensmittelgeschäft oder in der Schulkantine. Vor dem Fortgehen muss ich noch mit meinem Hund spazieren gehen. Dann kann ich in die Schule gehen. Ich gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. In der Schule bin ich von 8 Uhr bis 14 Uhr. Einmal in der Woche haben wir den Nachmittagsunterricht, dann komme ich erst nach 16 Uhr wieder nach Hause zurück. Dann kann ich in die Schule gehen. In den Tausen esse ich mein Tausenbrot, trinke ich Mineralwasser, gehe auf die Toilette. Spreche mit meinen Mitschülern oder bereite mich für die nächste Stunde vor. Zu Hause wartet mein Hund auf mich. Wir machen zusammen einen Spaziergang. Um 17 Uhr muss ich das Abendessen vorbereiten, danach schaue ich Fernsehen oder höre ich Musik. In der Woche habe ich leider fast keine Freizeit. Am Donnerstag spiele ich Volleyball und wenn ich Lust habe, gehe ich ins Fitnesszentrum. Gegen 22 Uhr gehe ich ins Bett, wo ich ein Buch lese oder wenn ich müde bin, gehe ich gleich schlafen. Am Wochenende bin ich mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino oder ins Theater. Wenn ich keine Lust auf meine Freunde habe, bleibe ich einfach zu Hause und ruhe mich aus oder spiele Computerspiele. Ich habe aber auch Pfichten. Ich muss meiner Mutter in der Küche beim Kochen helfen, ich muss Wäsche waschen und aufhängen, ich muss bügeln und ich muss auch täglich den Müll wegbringen. In den Ferien ist es ein bisschen anders. In den Sommerferien fahre ich Rad oder besuche ich meine Verwandte. In den Winterferien fahre ich ins Gebirge, wo ich Ski fahre oder Ski laufe. Und statt in die Schule zu gehen, ruhe ich mich richtig aus. Seid Teil dieses Teams, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke!